Wie am halb 5? 5 Uhr ist Anstoß. Jawohl, ich spiele. Was ist die 5? Ne, 5 Uhr ist Anstoß, hau rein. Wie lange brauchst du denn? Was denkt ihr denn, dass Anstoß war? 10 Minuten, ja komm, hau rein. Halbe Stunde musst du die Leute hinterherrufen. Hau Anstoß. Ja, dann ist doch Kreisflieger, oder? Das ist doch optimal. So, 5. Hat keiner. Kieslad I1. Wie spielst du auch? Wend die 18, Tristan die 12, Bülow die 3, Jamie die 9, Julio die 4, Nikolai die 6, Neumann die 20, Justin die 10, Wille die 11 und Kohl die 8. Ersatzspieler, Benni die 17, Thorsten die 14, Erwin die 15, Rech die 19, Pille die 13. 13. So, Aufstellung mach ich gleich. So, jetzt kommen wir mal an, das wird eurer. Jetzt wollen wir mal an, besuchen. Ja. 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 Warum bist du zu spät? Weil ich gerade erst wach gewohnt bin. Ja. Ja. Ich mach ihm die Aufstellung. Nein. Hab ich nicht. Oder weißt du, wo du spielst? Hättest du die Nummer angesagt. Wo denn? 6. Ne. Du spielst nicht auf der 6. Du bist doch ein Punk, Alter. So. Ruhe jetzt. So. Als erstes, wir spielen heute mal mit jemand anders im Tor. Vielleicht holen wir heute mal 3 Punkte. Boah, das ist aber gemein. Ich guck mir das nicht mehr an mit dem Torwart. Und wenn er hier heute auf dem Platz nichts bringt, dann schmeiß ich den raus. So. Niesler im Tor. Letzter. Letzter Mann der Wendt. Nein. Linker Verteidiger der Tristan. Warum? Rechter Verteidiger der Jamie. Jamie. Rechter Verteidiger. Gib alles. Ne. Tu dir nicht weh. Okay. Denk dran, deine Perle und deinem Schwiegervater stehen draußen. Keine Schwieger. Also noch. Keine Schwieger. Noch. Und der Bülow in der Mitte. Bülow, du spielst vor dem Ben. Vorstopper, ja. Als Vorstopper. Bülow, wo ist der Bülow? Da. Bülow oder Kevin? Vor dem Kevin. Vor dem Kevin. Vor dem Kevin Ben. Auch für Doppel-Sechs der Nicolai und der Julio. Julio? Ja? Ach, der schon spielt. Como na Quarta-Fera, ne? Okay? Und du machst heute zwei Tore. Was ist denn? Ein, ein. Eifel gewinnt. Zwei Tore und eine Kiste. Okay. Okay. So. Jetzt haben wir, jetzt haben wir den alten Mann. Aber gegen die Krieger und eine Kiste. Jetzt haben wir den, jetzt haben wir den alten Mann auf den C. Neumann. Neumann. Neumann gibt alles. Neumann gibt alles. Aber du hast nicht viel weh da mit dem Neumann. So. Justin. Links. Wille rechts. Blattert. Janik Tausch. Außen. 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 Ich bin auch dabei. Vorne. Vorne drin ist der Kohl. Hoho, lieber Gott. Du Arsch. Marvin. Gib dir Mühe. Mach da keine Faxen. Mach da keine Faxen. Mach da keine Faxen. Und hau rein. Hau die Tore da rein. Oder besser gesagt die Bälle da rein. Hast du gehört? Mach die auf Schauspieler. Genau. Machst du einen auf Schauspieler, kommst du direkt wieder runter. Ja, nee. Zeig früh genug an, wenn irgendwas mit deinen Knoppen ist. Denk nicht drüber nach, schieß einfach die Bälle. Und wenn er daneben geht, geht er daneben. Scheißegal. Justin. Ja, ich bin ruhig. Du bist ruhig und du lässt die Birne nicht hängen. Wenn irgendwas nicht klappt, beißt ihr auf die Zähne oder auf die Zunge oder was weiß ich. Und dann wieder von Anfang an. Lass den Kopf nicht hängen. Nein. Was gibst du raus, wenn wir gewinnen? Ja, genau. Wir haben heute einen neuen Spielführer. Nein, aber nicht. Der Spielführer war aber die Binde. Ach, die Binde ist geil. Ja, gut. Nein, wie gesagt, der Neumann spielt heute auch die Zehn und der Spielführer. Der Neumann wird auch einige Sachen sagen. Haltet euch bitte dran, okay? Schreit euch da nicht an. Du wirst, du machst das schon. Dann habe ich jetzt beschlossen. Das waren drei Schritten. Ich habe erstmal Spree bei. Ich habe erstmal Spree bei. Nein, Hermin, Hermin, hast du deine Beine vergessen? Die Beine sind wie die Arme von meiner vierjährigen Nichte. Hermin, weißt du deine Schiebein schon oder was, ne? Ruf den Timo immer an. Die habe ich noch zu Hause, die langen Dinger. Timoni? Ja, die ganzen anderen haben sie zu Hause. Hast du die Schiebein schon da? Nee, habe ich jetzt vergessen. Aber hier, ich habe welche für dich. Erwin, Erwin. Wie jung bist du? 63. Ich bin nicht jung, ich bin alt. Ach Gott. Baujahr oder alter? Älter. Aber der Maul hat keine blauen. Komm. Komm, macht euch vernünftig warm da. Ja, Kostak jetzt mit den Dingen zusammen. Und dann wird das alles schon glatt laufen. Der Tristan ist unterwegs. Mach Freigabe. Mach Freigabe. Tristan kommt. Tristan glaubst du heute kriegt hier die ersten drei Punkte? Äh, äh, äh. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe jetzt, dass heute hier die Arbeit geholt wird, ne? Mit dem Zucker. Mit dem Zucker. Die ersten drei Punkte, die würden jetzt wirklich, äh, uns den Arsch retten, sozusagen. Ja. Also spielerisch sind wir ja nicht schlecht, aber uns fehlen die Tore, ne? Und wenn wir den Rückstand gab, dann lassen alle wieder die Koffer halten. Und, äh, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Wir arbeiten dran. Wie gesagt, wir sind zwar nicht die Besten, aber die Nussisten. Und da wird sich nichts dran ändern. Wir gucken weiter. Das war's.